Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin pumpt etwas, wie im Endeffekt, ja, vorhergesehen, wenn wir die 26.1 durchbrechen, dass wir ein bisschen höher steigen. Ist das jetzt möglicherweise die endgültige Trendwende für ein Bullish-Breakout oder bin ich weiterhin davon überzeugt, dass wir noch einmal tiefer gehen? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video doch gerne ein Like da, abonnierst den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News, Signale etc. PP, kommt da gerne rein, der Link ist unten in der Videobeschreibung, natürlich for free. Und weil ich es hier gestern nochmal gepostet habe, Steuerfrist läuft ab, Leute. Ich weiß, es ist ein unangenehmes Thema, trotzdem will ich einfach nochmal darauf hinweisen, aber muss ich auch darauf hinweisen, denkt an eure Steuern, das zu machen, Frist läuft langsam ab. Wir haben damals im März, glaube ich, schon ein Video mit Moritz von Cointracking gemacht, mit den wichtigsten Fragen, die ihr hattet. Schaut euch das Video gerne an, ist in der Telegram-Gruppe angepinnt, natürlich auch auf YouTube und macht eure Steuer. Deswegen, also mein Partner, Cointracking, kann ich euch einfach nur empfehlen, funktioniert bombe und ist auch mittlerweile mit BingX, mit der Partnerbörse auch kompatibel. Also schaut euch das gerne an, mit dem Link, den ich da noch reingepostet habe, kriegt ihr nochmal 10%. Kann sich lohnen bei größeren Paketen auf jeden Fall. Gut, und damit habe ich meine Pflicht erfüllt, würde ich einfach sagen. Ja, Bitcoin momentan bei 26.300 US-Dollar, wir waren in der Spitze hier knapp bei 26.400 US-Dollar. Wir haben es nicht mehr noch einmal geschafft, nochmal diesen Wick hier unten zu holen, was mich auch immer noch ein bisschen eher dieses Bearische an sich, ja, ich bin weiterhin eher, ehrlich gesagt, immer noch ein bisschen bearish. Hat damit zu tun, wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen, wenn wir uns die Stockmärkte angucken, da ging es gestern nochmal ein bisschen ordentlich nach unten, auch der NDX natürlich minimal erholt nochmal. Trotzdem, dieser bearische Sektor, den wir da momentan haben, gefällt mir einfach nicht. Außerdem haben wir einen starken DXY, der hier oben dann jetzt aber schon langsam in so ein bisschen Widerstandsbereich kommt. Müssen wir mal ein bisschen im Blick behalten. Trotzdem, ich bleibe dabei, dass wir erst einmal ein bisschen bearish sind. Und wir haben die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, dass vor allem dieser Bereich hier oben, wenn ich jetzt nochmal das Fit-Level ziele, zwischen 26.700 hier, wo eben unsere Ineffizienz wartet, und 27.200 hier oben, das sind so die Ziellevel, die ich eben gerade im Blick habe. Und wir haben in der Telegram-Gruppe auch schon mal gerade so leicht drüber gesprochen, dass das hier eben so ein bisschen mein Short-Bereich ist, den ich momentan anvisiere. Das heißt, momentan geplant, also long sowieso vom Tisch jetzt erst einmal, für mich eher hier oben dieser Short-Bereich. Und da wird es dann ganz, ganz klar darauf ankommen, wie impulsiv wird jetzt eben diese Bewegung werden. Schaffen wir es hier überhaupt noch hoch ins Golden Pocket, die Ineffizienz zu füllen, oder schießen wir hier direkt drüber? Also das sind die zwei Level, auf die es jetzt erst einmal ankommt. Ich werde jetzt auch kein Limit-Order reinsetzen. Es wird ein relativ spontanes Setup von meiner Seite wahrscheinlich dann kommen, weil eben das ein ziemlich großer Zielbereich ist. Und wenn wir jetzt eben hier beim Golden Pocket schon reingehen, und der Stop-Loss sollte eigentlich hier oben bei 27.6 sein, das wären halt 3,6 Prozent, das ist relativ viel, deswegen gucke ich mir die Bewegung ganz genau an und sollten wir hier oben komplett durchbrettern, können wir nämlich dann auch erst bei 27.200 US-Dollar und damit auch nur 1,5 Prozent Risk in die Position dann erst einmal reinkommen. Aber das, wie gesagt, wird sich jetzt dann zeigen, wie stark die Bewegung ist, wie stark der Kryptomarkt derzeit einfach ist. Müssen wir ein bisschen im Blick behalten. Aber an der gesamten Struktur her bin ich weiterhin eher davon überzeugt, dass wir mindestens die 24K sehen, beziehungsweise 23.7. Das waren ja so diese Zielbereiche durch das Golden Pocket. Und wenn eben dieser Bereich bricht, da haben wir auch im Livestream gestern drüber gesprochen, äh vorgestern drüber gesprochen, dass diese 20K hier unten immer noch ein spannender Bereich ist für längerfristig. Nicht, dass das jetzt heute oder morgen kommt, aber diese 20K würde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Von 15, 17K brauchen wir erstmal nicht reden. Das ist einfach noch zu weit weg. Das macht die ganze Sache einfach komplett unseriös, wenn ich jetzt sagen würde, jo, wir gehen safe auf 15K, weil dann bin ich nämlich dafür verantwortlich, wenn alle Leute jetzt verkaufen und wir gehen da niemals hin. Also deswegen das nochmal ein bisschen im Hinterkopf behalten, die 20K. Kurzfristig bleibe ich dabei, 26.7, 27.2. Das sind die Bereiche, auf die es das erste Mal ankommt für Bitcoin, weil theoretisch, und das ist dann das nächste, was reinkommt, was dann natürlich scheiße wäre, weil wir keinen Long offen haben, hätten wir dann auch hier einen schönen doppelten Boden. In Anführungszeichen schön, richtig schön ist er natürlich nicht. Aber ich sag mal so, von der ganzen Struktur her sieht das Ganze für mich weiterhin short aus. Da hat einer in die Gruppe geschrieben, auf dem Weekly haben wir auch einen schönen doppelten Boden, deswegen wollte ich das auch gerne mal ganz kurz zeigen. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so von der Struktur. Erstens, weil wir hier drüben so mal ein tieferes Hoch haben und die Bewegung an sich für mich kein richtiger doppelter Boden ist. Also nur mal so ein bisschen als Erklärung, gefällt mir von der Struktur her einfach nicht. Natürlich haben wir die Liquidität hier abgegriffen, problematisch ist eben an der ganzen Sache, wir haben Liquidität bei BingX abgegriffen, wir haben die Liquidität bei Bybit abgegriffen, die auf 23.800 US-Dollar ging und das gefällt mir eben nicht. Indexchart, alles völlig normal und dann kommt jede Börse, hat ihr eigenes Tief gebildet und das ist eben genau dieser Punkt, der mich jetzt stört mit diesem Begriff, ah, wir haben noch Liquidität abgegriffen. Nein, wir haben nur auf gewissen Börsen immer diese Liquidität abgegriffen und das ist eben genau das Gefährliche, was mich eben hier jetzt auch noch stören würde mit einem großen doppelten Boden, aber ich wollte da jetzt einfach nochmal drauf eingehen, ist keine Kritik oder sonst was, ich wollte es einfach nur erklären, warum es für mich persönlich einfach kein doppelter Boden derzeit zumindest ist auf Weekly. Ich gehe ehrlich gesagt weiterhin, wie gesagt, davon aus, dass wir uns diese Liquidität hier noch abgreifen und wenn wir uns jetzt einfach mal rund Weekly angucken, haben wir hier unten auch bei den 22k bis knapp 21.700 US-Dollar auch noch eine schöne Weekly oder einen schönen Weekly Order-Block. Müssen wir uns anschauen, wenn es soweit ist, kritisch auf jeden Fall jetzt gerade über Hype bullisch zu werden, kurzfristig vielleicht, das war ja im Endeffekt auch unsere Zielmarke hier seit Tagen, aber ob das jetzt wirklich ein nachhaltiges Breakout ist, da wage ich gerade noch ein bisschen so zu bezweifeln. Auf jeden Fall, gehen wir rüber zu Ethereum, hier sehen wir momentan noch nicht diese Bewegung, also klar, wir sind ein bisschen gestiegen, aber so ein richtiger Impuls nach oben kam noch nicht, was mir aber sogar hier ein bisschen gefällt. Also, wir hatten ja bei Ethereum, es gab ja dieses mit ARK Investment, was ein ETF auf Ethereum machen will, alles schön gut, daraufhin eben kam dieser Pump, der diesen WIC hinterlassen hat, hier oben bei den 1.670. Und dadurch, dass Bitcoin jetzt ein bisschen Vorrang hat, was den Pump anbelangt, haben wir hier wirklich die Chance, die wir gestern darüber gesprochen haben, dass eben Ethereum auch hier oben ins Golden Pocket reingeht, das heißt, die Marke von 1.680 bis 1.685 grob abholt, beziehungsweise maximal hier oben noch die Ineffizienz bis 1.694. Und wenn Bitcoin jetzt eben Richtung, sagen wir jetzt mal 26.8 geht, 27.2, dann ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass Ethereum hier eben dann mitzieht. Also, technisch gesehen passt es sehr, sehr gut, auch so vom ganzen, ja, wie das jetzt gerade abläuft, passt es auch sehr, sehr gut, dass eben dann Ethereum ein bisschen später nachzieht, aber sich hier oben dann im Endeffekt diesen Short-Bereich holen könnte. Und vom Setup her, wären wir dann auch hier bei diesen 1.5%, die sehr, sehr gut passen würden. Das Einzige, was bei Bitcoin und bei Ethereum eben noch ist, wir haben jeweils noch, es ist nicht viel, aber wir haben immer noch so ein bisschen Liquiditätsansammlung hier oben, zum Beispiel bei der 1.746. Und bei Bitcoin haben wir noch diesen WIG hier oben bei den 28.1, aber diesen Stop-Loss kann man nicht abdecken, das ist einfach zu viel. Da müsste man dann eher sagen, okay, man macht hier oben nochmal einen neuen Trade. Das heißt, zwei Trades, die momentan shortlastig sind, die sind jetzt erst einmal geplant und Ethereum müssen wir beobachten, ob wir diesen Zielbereich erstens überhaupt erreichen und zweitens wie Ethereum überhaupt an dieser Zone dann reagiert. Gut, und damit würde ich sagen, war es das wieder fürs heutige Update, war ein bisschen ausführlicher, endlich auch mal ein bisschen Bewegung, das tut dem Markt auch mal ein bisschen ganz gut. Und später kommt dann noch XRP-Update-Video, freut ihr euch bestimmt schon mega drauf, ich freue mich endlich wieder drauf, es ist Freitag, XRP-Update-Video-Zeit und damit würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start in das Wochenende, also später, je nachdem wie lange ihr arbeitet und dann hören wir uns auf jeden Fall später wieder. Bis dahin, schönen Start ins Wochenende, lasst es euch gut gehen, schauen wir, was Bitcoin macht, Telegram-Gruppe join, Like da lassen, Abo da lassen, bis später und ja, stay crypto!